Jo Freunde, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal und heute machst du einen neuen Urlaub. Muskelkater Seite 1 Aufträge und zwar für Gegnern Schaden mit Pistolen oder schweren Scharfschüttengewehren zu. Für 100 Schaden fangen wir direkt an mit den Aufwand. Ja, ich habe hier eine Pistole gefunden. Hier ist eine Taktische Pistole, so sieht das Ganze aus. Egal welche Seltenheit und damit müssen wir jetzt einfach Gegner Schaden zu finden. Ich zeige euch mal das Ganze, ihr seht 50 Schaden, dann hätten wir 50 von 500. Das Ganze macht ihr so lange, bis ihr 500 damage gemacht habt. Leute, es ist sehr einfach, Gegner Schaden zu finden, mit der Pistole so. Ihr seht, es ist sehr, sehr einfach und ihr müsst einfach mal 500 Schaden machen. Ich erfülle euch den Gruppenkarmodus zu spielen, denn wenn ihr stirbt, könnt ihr immer wieder neu formen. Und ja, 500 damage, dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen. Ja, wenn ihr den Auftrag abgeschlossen habt, dann bekommt ihr hier einmal dieses Ladebildschirm. Sieht richtig nice aus. Erhalte Schäde. 500 Schäden müssen wir erhalten, haben wir direkt an mit dem Auftrag. Ja, das hier ist ein kleiner Schilddrang. Den könnt ihr zweimal trinken. So, okay, wir haben schon 100 Schild. Ja, also wenn ihr dieses IC findet, Lil Whips Spezial, so, der nimmt das Ganze und ist das. So, und ihr seht, ihr bekommt direkt 100 Schild. Dann hättet ihr jetzt 100 von 500. Das macht ihr halt die ganze Zeit weiter, wenn ihr voll seid und wieder, also nicht trinken könnt. Wenn ihr euch denkt, denn Shit ist bereits voll, dann damage ihr euch einfach mal von einem Gegner, also lasst euch von einem Gegner angreifen und könnt euch dann wieder hier hin. Ich zeige euch schon mal, das ist ganz gut. Oder ihr seht, ihr die Granaten, geht einfach rein, lasst euch explodieren, so. Zack, ihr habt euch explodieren lassen. Dann trinkt ihr jetzt einfach mal Mini hier und dann einfach mal ein Biggie. So, dann seid ihr schon bei 175. Das Ganze macht ihr halt die ganze Zeit, Leute, bis ihr 500 von 500 Shit erreicht habt. Und ja, Leute, wenn ihr den Auftrag abgeschlossen habt, dann bekommt ihr hier einfach mal Kokoskatze als Rücken. Das war, so sieht das Ganze aus. Hier sieht richtig lustig und richtig schön aus, finde ich, Leute. Falle fünf Stockwerke und überlebe einmal und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja, Leute, ich bin hier gerade auf der Karte, ganz genau hier bei Megacity. So, was mein Trick ist, also ich sehe hier unten eine Grindrill, deswegen nehme ich ein bisschen Anlauf und lande perfekt drauf. So, wir haben überlebt. Zack, dann haben wir den Auftrag abgeschlossen, denn das sind mehr als fünf Stockwerke. Und wenn ihr es nicht schafft, auf die Grindrill zu landen, landet einfach hier auf den Ventilator. Dann geht's auf, dann habt ihr den Auftrag auch so mit abgeschlossen, Leute. Ja, Leute, wenn ihr den Auftrag abgeschlossen habt, dann bekommt ihr hier eine Sekunde eine Waffenlackierung oder eine Waffentarnung und zwar Schnurlaubsfeeling. So sieht das Ganze aus, sieht auch richtig nice aus. Man kann hier auf jede Waffe, Leute, so sieht das aus, auf jede Waffe. Hüpfe auf Objekten mit Sprungflächen, fünf Stück. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja, Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier, direkt neben Tricky Compound. Und hier ist ein Pilz. Das hier ist ein Objekt mit Sprungflächen, wie ihr schon sehen könnt. Ähm, so, ich springt einfach mal drauf, dann habt ihr auch so mit eins von fünf. Ich springt einfach mal jetzt fünfmal hier drauf, Leute. Wenn das nicht funktioniert, dann benutzt einfach verschiedene Pilze. Also hier ist eine zum Beispiel, wenn das nicht klappt, dann geht, dann habt ihr eins von fünf. Geht so zu denen, springt drauf, habt ihr zwei von fünf und so weiter. Aber wenn ihr fünfmal drauf springt, sollte der Auftrag klappen und somit habt ihr den Auftrag auch dann abgeschlossen. Ja, Leute, wenn ihr den Auftrag abgeschlossen habt, dann bekommt ihr hier einmal Musik. Also für den Musikhintergrund, für die Lobby. So, so hört sie sich an. Ist ganz okay. Sammle Fische. Dreimal. Hier, also, ich bin auf der Karte ganz genau hier unten, Leute. Nehmen, Shattered Slabs. Ihr könnt irgendwo auf der Karte gehen, wo Wasser ist. Was ihr dafür braucht, einmal hier eine Angel. So. Und wir haben direkt mal einen Angel. Und ihr könnt einfach hier fischen, also angeln. Und einen Fisch kriegen. Oder Angeln halt. Aber am besten ist es hier in den weißen Kreisen einzuziehen. Zuziehen, denn hier ist die Chance, besser einen Fisch zu bekommen. Zack, einfach ziehen. Und somit hätten wir dann auch eins von drei. Ist egal, welchen Fisch ihr angeht. Hauptsache drei Fische. So, wir haben jetzt schon ein. Ein Sekunde. So, komm. Den zweiten Fisch. Somit haben wir zwei Fische schon gesammelt. Okay. Und zählten noch einen Fisch, Leute. So. Und zack, wir haben drei von drei Fische geangelt. Und somit den Auftrag noch abgeschlossen. Ja, Leute. Wenn ihr den Auftrag abgeschlossen habt, dann bekommt ihr einmal hier einen Tanz. Und zwar Spiegel Flex. So sieht das Ganze aus. Guckt euch halt im Spiegel an. Okay. Und, weil ihr fünf Schnurlaubsaufträge abgeschlossen habt, also alle, bekommt ihr dann auch den Schnurlaubs Muskelkater Skin. So sieht er aus. Richtig, richtig lustiger und nicer Skin, Leute. Werde ich auch immer natürlich spielen, weil er richtig krank, richtig nice ist. Und, ja, Leute. Also, wenn ihr, wie gesagt, alle Muskelkater Aufträge abgeschlossen habt, hier und die Belohnung freigeschaltet habt, dann kommt ihr jetzt diesen und den Schnurlaubsmuskelkater Skin. Und, ja, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst es gelockt, damit ihr kein Video mehr verpasst. Dann würde ich einem sagen, war schon mit dem Video. Und, ciao. Haut rein bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.